Bakao und Toastnamerappotik. Lieber Rüdiger, ich habe dich vorgestellt erst mal natürlich, ich habe erinnert, dass wir mit dir am Weihnachten gestartet haben, die Partnersuche und dass du einverstanden warst, dass wir ein paar Momente filmen und davon natürlich lernen sehr viele, wie das aussieht und sowas und besonders Frauen, die interessieren sich natürlich auch sehr, besonders sie fragen mich ständig, was denkt Ausländer? Welche Fragen stellt er? Und deswegen natürlich, ich bin jetzt natürlich im Namen der Frauen da und fragen wir dich alles, was uns so interessiert. Ich versuch das mal. Celaju, Dobriden, Daman. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Und попытался es in Russland sagen, sag nochmal, weil man war nicht angestellt auf Russisch, wir haben uns nicht erwartet, nochmal. Celaju, Dobriden, Daman. Oh, danke. Sehr gut. Хорошо, сказал. Weiß du noch was? Знаешь, noch was? Ich versuch's, ja. Nee. Achso, ja, tep, ja, liebe. Das darfst du nur Marina sagen. Das darfst du nur Marina sagen. Aber nur Marina, nicht jedem. Das darfst du Marina sagen. Marina, kuck daß, bis zum Beispiel. Marina, du bist mit dem Zawor. Sag, du darfst du nicht sagen. Marina, ich versuch's, Marina, du bist mit Marina, du bist mit Marina, bis zum Beispiel. Ja, seit Mai. Ich bin ja nicht der Mann, der gleich aufgibt und dann habe ich so lange nach, bis ich das Visum bekomme und ich freue mich jetzt endlich, dort hinfliegen zu können. Ja, liebe Rudi, und erzähl mal, bist du aufgeregt? Raskажи нам, Mario, du волnust dich? Ja, selbstverständlich bin ich aufgeregt. Das passiert einmal im Leben, dass man so eine wundervolle Frau trifft. Wer da nicht aufgeregt ist, das würde ich nie glauben. Aber ist das schönes Gefühl, dieser Aufregung? Nein, nervös oder so überhaupt nicht. Freu dich, erregt, ich könnte eigentlich die ganze Welt umarmen. Er sagt, nee, нет такой неприятной nervösности, а наоборот, очень-очень огромная, радостная, такая взволнованность, которую, говорит, я бы сейчас весь мир обнял от радости такой. Na gut, dann umarmen wir uns. Und давай, Harry, und abнимемся, Harry, пока сейчас мы тут в кругу таком нашим маленьком, небольшом, который вот смотрит. Wir umarmen uns in unserem kleinen Kreis, die alle dabei sind und hören und schauen. Ja, wir freuen uns auch sehr natürlich. Das war auch ziemlich, sagen wir so, ja, drei Monate Unterhaltung und jetzt das erste Date. Was habt ihr denn alles erreicht in diesen drei Monaten? Вот они три месяца переписывались, общались и сейчас вот первое свидание. Какого уровня можно достичь уже, вот за эти три месяца? Was haben dir diese drei Monate gegeben? Что тебе эти три месяца дали вообще? Ja, angefangen hat es ja, ich sag mal, über die Briefe. Das ist ja sehr wichtig. Weil so kann man den Menschen kennenlernen, so kann man ihn einschätzen. Das ist doch immens wichtig, weil ich kann doch nicht irgendwo mich ins Flugzeug setzen und zu einer Frau hingehen, die ich gar nicht kenne, die ich nicht einschätzen kann. Und für eine Frau ist es natürlich eine sehr großartige, gute Sache, weil sie kann dann langsam Vertrauen schöpfen und kann sich auch langsam öffnen und Vertrauen zu dem Mann aufnehmen, mit dem sie schreibt. Ich glaube, das ist für eine Frau sehr wichtig. Für eine Frau, die mit dem Mann starten, mit dem Mann starten mit dem Mann starten, zuerst einigen Zeit zu sprechen, zuerst einigen, zuerst einigen, zuerst einigen, um zuerst zu verstehen, um ihn zu verstehen, um ihn zuerst zu glauben, um ihn zu glauben, um ihn zu glauben. Weil das Mann, der zuerst einigen Tag kommt, und du zu ihm gehst, um ihn zuerst einigen Tag, das ist auch gut, wenn diese Basis der Vertrauen existiert. Und dann sind wir ja dann auf den direkten Kontakt umgestiegen und da haben wir uns dann jeden Tag Nachrichten geschrieben, um einander besser zu verstehen. Und das Erste, was ich gelernt habe, dass eine ukrainische oder russische Frau, sie möchte immer unterhalten werden. Dann ist es für die Frau auch einfacher, aus ihrem Leben, aus ihrem Alltag zu erzählen, weil so entsteht eine ganz normale Unterhaltung und das jeden Tag. Und dann hast du dich gekümmert darum, dass es angenehm läuft. Ja, das ist ja auch wichtig. Die Frau soll sich ja wohlfühlen. Wenn sie von Anfang an unter Druck gesetzt wird oder irgendetwas nicht versteht, das ist dann schwierig. Also muss man doch versuchen, langsam über alle möglichen Themen zu sprechen oder zu schreiben. Ja, was auch für mich jetzt als Mann wichtig ist. Ich möchte ja auch die Frau verstehen. Wie denkt sie, wie fühlt sie, was hat sie für Wünsche, was mag sie überhaupt nicht. Und das kann man dann in solchen Nachrichten erfragen. Für mich war es sehr wichtig, natürlich, zu verstehen, was sie liebt, was sie nicht liebt, was sie liebt, was sie liebt, was sie liebt, was sie liebt. Für mich war es sehr wichtig, weil ich will, dass sie es lieblich ist. Und natürlich, in den Briefen, in den Gesprächen, das ist eine fantastische Möglichkeit, wenn du hast Zeit, diese Informationen zu erfahren, zu fragen, bevor wir uns sehen, bis dahin. Und ich hecke Marina jeden Morgen mit einem Video. Und sie schickt mich dann abends immer ins Bett, weil ich in der Nacht aufstehen muss. Ja, im LKW mache ich dann entweder das Lied lauter und drücke dann auf Aufnahme und versuche dann mitzusingen. Oder ich schicke ihr einen Gruß, einen guten Morgengruß oder irgendwas fällt mir immer ein. Und sie ist dann immer total überrascht, sagt sie, sie sind noch nie geweckt worden. Ja. 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 Ich wünsche dir alles gut. Du hast du eine gute, gute und gute und gute. Du hast du eine gute und gute und gute. Ich habe wahrscheinlich noch keinen gefunden, und ich bin einfach so begeistert, dass ich eineinige. Ich sage ihm, prежде чем du das решение примest, du musst du einen besseren Projekt machen. Und so hat er mit uns angefangen. Und jetzt ist er so glücklich. Und so gibt es sich auch noch ein Wunder, und so sind es so glücklich. Das ist ein Wunder, auf alle Fälle. Ein paar Tage, nur vor dem Treffen. Du fliegst nach Russland und fliegst weiter nach Russland, in St. Petersburg. Ja, nach St. Petersburg. Was ist denn da mit Corona? Hast du keine Angst? Was ist denn da mit Corona? Hast du keine Angst? Corona gibt es überall. Das stört mich überhaupt nicht. Und mich hält auch kein Virus und keine Grenze auf. Ich habe mir vorgenommen, Marina zu sehen. Und wenn ich mich traue, sie auch in den Arm zu nehmen, und da hält mich auch kein Virus auf. Wie weiß ich, Korona ist ja überall, in der Welt. Korona ist ja nicht. Ja, ich sag mal, im Flugzeug und in öffentlichen Verkehrsmitteln in St. Petersburg muss man es, glaube ich, tragen. Ansonsten geht der Gesichtsvorhang runter. Ich habe genug Masken mit. Ja, sagt, ich habe genug Masken mitgebracht. Da muss ich es anziehen, ich werde es anziehen, wie es anziehen muss. Also keine Angst. Nein, nein. Super. Ja, vor sechs Monaten, wo wir angefangen haben, da habe ich so, für mich gedacht, hoffentlich meldet sich wenigstens eine Frau. Aber dass es dann Marina wird, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ja, ich sage, wie es dir das ist, wenn wir sechs Monate nachdem, wenn wir sechs Monate, wenn wir seitdem, wir so reduziert haben, wir hatten den Projekt, dann dachte ich, dass ich mir einmal eine Frau reagiert habe, dass ich mir eine Frau reagiert habe. Aber dass ich so, wie Marina, in meiner Leben nicht vorstellen kann, Das ist sie auf alle Fälle, weil sie ist so ein Engel, der hier auf diesen Planeten geschickt wurde, um mich zu finden, und ich bin total verliebt. Man muss sie suchen, und wenn man sie gefunden hat, dann darf man sie nie wieder loslassen. Man muss sie suchen, diese Liebe, und wenn man diese Liebe findet, dann darf man sie nie wieder loslassen. Wie fühlt sich man so, wenn man Liebe gefunden hat? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich jemanden, der seine Liebe findet? Marina hat mein Leben total auf den Kopf gestellt, und das fühlt sich so gut an, also ich bin total happy. Ich sage mal, man kann ja träumen, man kann sich etwas vorstellen, aber wenn es dann wirklich passiert, dann trifft es dich mit voller Wucht. Er sagt, ob dieser Liebe kann man мечtieren, man kann sich vorstellen, dass es sich irgendwie vorstellen kann. Aber wenn du sie tatsächlich встретisst, dann hat man das Wort nie genug, um das Gefühl zu описen. Und du bist sicher, dass es die Liebe deines Lebens ist. Du glaubst, dass es deine Liebe ist in deinem Leben? Das ist, Marina ist die Liebe meines Lebens, und ich werde alles dafür tun, dass wir so bald wie möglich für immer zusammen sind. Ja, das ist das sehr schön. Das ist wahnsinn. Ja, das ist ja wirklich schön. Das ist ja Wahnsinn. uns nicht weg noch. Ach ja. Gut, Rüdiger, die nächste Frage. Kannst du dir noch vorstellen, dass ihr irgendwelche Schwierigkeiten auf dem Weg noch zum Zusammensein treffen könnt, die etwas so auseinander machen können bei euch? Ich übersetze die Frage. Also Hindernisse gibt es ja jeden Tag und überall und Probleme sind dafür da, dass man sie löst und wir lösen unsere Probleme zusammen, weil wir darüber sprechen, wir unterhalten uns darüber und dann können wir einen Weg suchen, wie wir dieses Problem sofort lösen können. Вы знаете, трудности и сложности мы встречаем каждый день. Они происходят у нас всегда. Поэтому я это вижу так, что они могут и завтра, и послезавтра произойти. Поэтому мы для этого здесь, чтобы эти трудности решать, найти всегда для любой проблемы решение. поэтому du kannst nicht vorstellen, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass ihr nicht mehr zusammenbleibt. Ты не можешь себе представить, значит, что что-то помешает вашим отношениям. Das Einzige, was wirklich passieren könnte, dass ein Asteroid diesen Planeten trifft. Das ist das Einzige. Единственное, что может произойти, что помешает нашим отношениям, это если разрушится планета, если Asteroid упадет на планету и разрушит Землю. Вот единственное, что может нам помешать. Окей. Gut, gut. Ну, хорошо, хорошо. Так. Also, da kann man so sagen, du fährst nicht zu diesem date, um die Frau zu gucken, ob sie dir wirklich passt. Итак, значит, подведем итог. Ты не летишь на это первое свидание, чтобы убедиться в том, что это действительно та, которую ты искал, чтобы убедиться в этом окончательном. Nein, ich fahre, das ist meine Frau, das ist Marina, das ist die Frau, die ich heiraten will, das ist die Frau, mit der ich mein Leben bis zum Ende leben will. Ich fahre dorthin, um sie zu sehen, sie in Arm zu nehmen, mit ihr Zeit zu verbringen, und ich möchte sie nie wieder loslassen. Das ist die Wahnsinn, er geht, das ist die Frau, das ist die Frau, meine Frau, das ist meine Frau, das ist die Frau, die ich will jene sein, ich will sie sie abnehmen, sie willte sie halten, ich will sie , ich will sie mit ihr, das ist, das für sie Ja gut, Rüdiger. Но, смотрите, а можешь ли ты себе представить, что Марина вдруг решит, что ты не такой, как она себе представляла, и вдруг скажет Марина, нет, все-таки мне очень жаль, Rüdiger, но ты меня разочаровала. Можешь ли ты себе представить? Kannst du dir vorstellen, dass du Marina enttäuschen kannst? Und sie sagt fast, Rüdiger, tut mir leid, aber du bist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kannst du dir vorstellen? Ich sage mal, damit muss man ja auch rechnen. Ich will es mir nicht vorstellen, aber die Möglichkeit besteht ja immer, dass irgendwas an mir, Marina, nicht gefällt. Aber das habe ich in den Nachrichten, die wir uns tagtäglich schreiben, habe ich ihr das erklärt. Wenn ihr irgendetwas nicht gefällt, soll sie mich darauf aufmerksam machen. Rüdiger, wie Sie sagen? Rüdiger, wie Sie sagen? Rüdiger. 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 Aber weißt du, dass die Meinung Mama wichtig ist? Du weißt, dass die Meinung Mama wichtig ist. Das ist Mama auch. Du musst auch Mama gefallen. Gibt es dir Mühe, Mama zu gefallen? Hast du ihr auch ein Video geschickt? Ich habe der Mama auch ein Video geschickt. Zum Geburtstag war das da. Du sagst, was du machst? Du hast auch ein Video gemacht. Du sagst, natürlich, wenn du das Geburtstag hast. Du sagst, ich habe auch ein Video von Mama. Du hast auch ein Video vorbereitet. Wenn wir sie dann besuchen, dann weiß ich schon sehr viel über mich, als wenn sie gar nichts wüsste und ich stehe da vor der Tür und sie sagt, oh nein, bitte nicht. Nein, nein, ich wollte, dass Mama wusste, wie ich bin und was ich. Wenn wir mit Mama zu Hause gehen, dann wusste Mama, wer überhaupt zu kommen. Ich will nicht so eine Situation sein, dass wir mit Marina kommen, Mama öffnet die Tür und sagt, oh nein, nein, das geht nicht. Das ist nicht so, dass wir alles vorbereiten. Aber für Mama gibt es auch ein Geschenk? Und für Mama gibt es auch ein Geschenk? Und für Mama gibt es auch ein Geschenk? Aber selbstverständlich, ich möchte ja auch Mama, wenn ich darf, in den Arm nehmen und mich bei ihr bedanken, dass sie Marina auf die Welt gebracht hat. Oh, sie sagt, natürlich ist sie ein Geschenk. Ja, sie sagt, ich zeige, dass sie den Tag und ich sage, ich sage, Mama, ich bin zufrieden, und ich begrüße sie, dass sie so eine schöne Mädchen geboren hat. Ja, das ist so schön. Gut, Rüdiger, sag mal, kannst du dir vorstellen, dass du jetzt bei dem ersten Date einen Heiratsantrag machen wirst? Also die Vorstellung ist im Herzen drin. Wir gehen davon aus, Marina guckt dieses Video nicht mit. Wir sagen, wir sind von dem, dass Marina das Video nicht schaut. Das ist eine Geschichte. Es ist nur, es bleibt unter uns. Es ist nur zwischen uns, mit Blas und Nagel. Es ist nur zwischen uns, Es ist eine Geschichte. Es ist eine Geschichte. Nein, Marina, niemand wird es nicht wissen. Keiner wird Marina erzählen und никто, Marina, nicht darüber расскажет. Ja, selbstverständlich. Das habe ich doch schon im Herzen und im Kopf, dass ich ihr einen Heiratsantrag machen möchte, weil ich sie verstehe und weil wir uns, ich sage mal, auch über solche Themen schon unterhalten haben. Конечно, ich kann es mir vorstellen. Ich weiß es, ich habe mir schon lange das предложение gemacht, zu выйти замуж. Und das machst du das? Ja, klar. Ja, er sagt, ich mache es. Aber wann machst du das? Ja, ich mache es. Na, welchen Tag? Du kannst es mir machen? Erstens oder zweitens oder drittens? Naja, ich will ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich sage mal so am zweiten, dritten Tag. Ja, ich denke, am zweiten, dritten Tag sollst du mich zusammenkommen. Oh Gott, es kommt ja auch auf die Situation drauf an. Er sagt, es wird die Situation wie es das möglich ist. was. Ich sage, du sagst, wie es so возможно, dass ein undereiniger Mann auf das erste Mal ist, um ein Verwalt zu machen, um ein Verwalt zu machen. Das ist so toll. Und wir sagen, wir sind so verrückt, diese Ausländer, die zum ersten Date fliegen, um einen Antrag zu machen. Aber wir haben das ziemlich oft. Ich erlebe das ziemlich oft. Ich sage, ich habe das oft oft gesehen. Ich sage, ich habe das oft gesehen. Ich sage, ich sage, wir sind verrückt, diese Ausländer, die zum ersten Date fliegen, um ein Verwalt zu machen. Ich sage, einige nehmen sogar die Frauen mit dem Koffer mit, sofort viele machen. Heiratsantrag beim ersten Date. Das ist so großartig. Und das ist so großartig. Lieber nicht so sehr, oder nicht so sehr, oder nicht so sehr, oder nicht so sehr. Was ist das so, wie wir uns sagen, unser Rüdiger? Ich sage, ich sage, ich sage, du bist verrückt oder oberflächlich? Oberflächlich, oberflächlich, oder unser Rüdiger, die solche Anträge, Heiratsanträge machen können beim ersten Date. Wie siehst du das? Wie kannst du das machen, fremde Frau? Er sagt, ну, wie kannst du такое предложение сделать? Она же еще, в принципе, чужая. Ты же ее nie видел niemals in жизни, du hast sie noch nie gesehen. Wie ist das möglich? Also, man kann es verrückt nennen. Ich nenne es Liebe. Heiratsantrag beim ersten Date. Du kannst es назвать это сумасшедствием, но я называю это любовью. Und wenn man seine Liebe gefunden hat, auch wenn man sie noch nicht gesehen hat, dann ist der Kopf ausgeschaltet, da geht es nur noch um Gefühle und um das Herz. Und das sagt immer die Wahrheit. Das letzte war Wahrheit. Genau. Das Herz sagt immer die Wahrheit. Ja. Marina ist die Frau, die den ganzen Tag auf die Arme nehmen und tragen. Hauptsache, ich bin mit ihr zusammen. Marina ist die Frau, die ich immer mit ihr zusammengeheben werde. Und ich will mit ihr immer mit ihr zusammengeheben. Ich sage mal, wunder passieren Tag täglich. Wir sehen sie bloß nicht. Und dass es mir passiert, hätte ich im Leben nicht gedacht. Und ich glaube, ich glaube, dass es mir so ist. Und ich glaube, dass es mir so ist, dass es mir so ist, dass es mir so ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so mit meinem Leben so passiert. Hier sind solche Dinge. Das muss ich alles erleben. Das muss ich alles sehen. Das muss ich alles sehen. Ich sehe diese Dinge. Ich sehe diese Dinge. Ich sehe diese Dinge. Das ist wieder ein neues Wunder. Wir haben das Glück, alle zusammen das zu beobachten. Es gibt noch solche Dinge. Wir sind sehr froh. Wir sind sehr froh. Wir sind sehr froh. Ich finde es ganz toll, dass wir wissen können, was die Menschen so fühlen, wenn sie so etwas erleben. Danke dir für dieses Gespräch. Auf jeden Fall. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Mir gefällt es so. Ich weiß nicht, wie es passiert. Ich liebe diese Dinge. Ich liebe diese Dinge. Ich liebe diese Dinge. Ich liebe es sehr, solche Dinge zu beobachten, zu erkennen, wie das passiert. Ich danke dir nochmal, dass du das erzählst. Es ist wirklich toll. Auch Männer sind Lebewesen und sie können über ihre Gefühle sprechen. Sie wollen oder trauen sich bloß nicht. Sie sagen, dass man auch Menschen sagen, dass sie ihre Gefühle sprechen. Sie wollen eigentlich zu sagen, dass sie ihre Gefühle sprechen. Sie haben auch zu sagen, dass sie ihre Gefühle sprechen. Aber sie können nicht darüber sprechen. Warum sie das nicht trauen? Warum sie nicht trauen sich das? Haben sie Angst, verletzt zu sein oder ausgelacht zu sein? Angst, dass sie sich verspielen? Ja, Männer ticken ja ein bisschen anders. Sie müssen immer stark sein und die Familie beschützen. Das können sie alles machen. Aber sie haben auch nur Gefühle. Sie zeigen sie bloß nicht. Gut, lieber Ludwig, was würdest du, Marina, sagen, wenn du sie am Flughafen triffst? Das ist der erste Moment, wenn du kommst und sie holt dich vom Flughafen ab. Was würdest du ihr sagen? Sie sagen, wenn du sie zum Rapport прилettest und sie dich zum Sankt in Sankt. Was hast du ihr gesagt? Also so wie ich mich kenne, bekomme ich kein Wort über die Lippen. Gut. Das kann ich mir schon vorstellen. Sie sagen, dass ich mir nicht aus dem Moment vorstelle. Weil ich genieße den ersten Augenblick. Ich genieße jeden Augenblick. Und wenn sie vor mir steht, dann sehe ich sie einfach nur an. Das kann eine Minute, fünf Minuten sein. Ich bin ja in diesem Moment. Ich bin ja in diesem Moment. Ich weiß, dass ich ihn jetzt in diesem Moment will ich wirklich ich will! Ich will nicht das Moment. Das kann man das Minuten oder man dauert. Das wird natürlich zwei Minuten. Ich weiß nicht. Das wird sowas wichtig. Das ist eine wichtige Moment. Ein Moment, des Wohls dieses Moment zu sein. Ich gehe jetzt. Was würdest du sagen wirklich? Wenn du jetzt denkst? Was würdest du sagen? Ist diese Frau da? Was würdest du sagen? Was würde ich ihr sagen? Liebe Marina, ich bin so glücklich, dich endlich zu sehen. Ja, liebe Rüdiger, das ist ja Wahnsinn. Gut, weißt du was? Ich freue mich sehr, dass Marina uns auch ein Interview gibt und dann bin ich ja gespannt, was würde sie dir sagen. Ich wäre sehr glücklich, dass Marina uns auch ein Interview geben würde. Deswegen ist es sehr interessant, was sie dir sagen würde. Da bin ich auch schon gespannt. Mal sehen, was sie sagt. Aber ich denke mal, Marina tickt so in etwa wie ich. Sie bekommt auch kein Wort. In dem Moment, wo wir uns sehen, sehen wir uns einfach nur an und genießen diesen Augenblick. Weil der kommt nie wieder. Das ist der erste Moment, das ist der erste Eindruck. Und der bleibt für immer. Ja, Rüdiger, das ist ja Marino. Also, ich weiß, dass sie sehr, sehr gut sind. Es ist einmalig in diesem Leben, deswegen muss man wirklich ihn genießen, damit man diesen Moment speichert für den Rest des Lebens. Ja, das ist ja nicht nur, dass sich ein Mann mit einer Frau trifft, sondern da treffen sich zwei Seelenverwandte. Da braucht man nicht viele Worte, da sieht man sich in die Augen und ist total zufrieden und glücklich. Ja, so sind wir auch. Es gibt auch solche Ausländer. Unsere Frauen wollen immer wissen, wie denken wir, dass sie ausländer sind, dass sie auch sind. Wir, wir, die Frauen, immer interessieren, wie sie denken, wie sie in der Welt leben. Wir sind ja keine Ausländer. Wir bewohnen alle denselben Planeten, wir sind nur durch eine Grenze getrennt. Mehr ist es nicht. Und die Sprache eventuell noch. Ja, lieber Rüdiger, also auf diesen Moment euer erstes Treffen, der erste Augenblick, bin ich ja auch sehr gespannt. Deswegen will ich unbedingt ein Video vom Flughafen haben. Marina hat mir versprochen, es gibt ein Video vom Flughafen. Deswegen will ich eure glücklichen Gesichter auch für Ewigen und haben selber. Weil ich mir auch sehr радe, auch der erste Mal, die erste встречe. Und Marina hat mir schon gesagt, es wird ein Video von Aero-Auroport. Ja, selbstverständlich. Wir machen sehr viele Videos. Wir machen ein paar auf Deutsch, ein paar auf Russisch. Da musst du nicht so viel übersetzen. Das sowieso. Wir machen ein Video auf Deutsch und auf Russisch. Wir machen ein Video auf Deutsch, auf Russisch. Wir machen alles. Oh, wie du bist. Klasse, danke. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Danke, danke. Das ist wirklich... Wir zeigen keinem. Hier bei uns in der kleinen Runde. Wir zeigen keinem. Wir zeigen keinem. Nur in unserer kleinen Gesellschaft. Wir sehen keinem. Wir haben keinem. Wir sehen keinem. Wir sehen keinem. Wir sehen, dann ist ein paar vertraute Personen. Die, die schlechten Kommentare schreiben, müssen gehen weiter. Aber die, die, die плохие Kommentare, machen, dann wirst du weiter. Dann gehen die anderen Videos. Dann sind auch die andere Videos. Dann sind die Haus des Geldes. Die haben jetzt eine dritte Folge. Oh, fünfte Folge. Die müssen das gucken. Dann sind die Serial. Dann sind sie auf Netflix. Dann sind die Netflix. Schlechte Kommentare gibt es immer wieder, die werden auch nicht weniger, weil das sind Menschen, die sind einfach unzufrieden mit ihrem Leben, mit ihrem Dasein. Sie können ihr Leben nicht genießen und sind dann neidisch oder schreiben böse Kommentare. Da stehen wir doch alle drüber. Wir sind schützlige Leute, ihnen плохо, тяжело, im Herzen, eine Schmerz. Sie sind alle da, aber wir sind da, wir sind da, wir sind da, weil wir nicht mehr darauf reagieren. Gut, 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 lieber Rüdiger. Also, ich glaube, erst einmal sind die Fragen alle, aber ich bin schon sehr froh, dass du wirklich für uns Zeit genommen hast und deine Bereitschaft schätzen wir sehr. Wenn die Frauen hier schreiben bei uns bei Kommentaren, dass sie mehr Fragen an dich haben, werden sie alle notieren und dann werden wir dir alle dich wieder einladen zu uns in diese Frauenwelt und werden sehr gerne diese Fragen dir auch stellen. Ich bedanke mich Rüdiger, wenn wir in den Kommentaren Fragen haben, und wir sind interessiert, dass wir ihn nochmals wieder zu haben, deswegen, пока er согласiert, нужно пользоваться momentan, wenn er mit uns mit uns verhältst, weil er mit uns verhältst, wenn er auf Mariene ist, dann sagt er, dass sie sich so gut an, dass ihr alle, das ist, dass ihr das, das ist, das mein Mann, das ist, das ist, das ist, das mein Mann. Ich möchte ihm nicht mehr zeigen, weil es noch nicht so gut, wenn wir uns fragen, um diese Frauen über diese Frauen fragen, wir fragen, die alle Fragen, die ihr habt, ist, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я все потом себе выпишу. Если у нас будут там 5-7 вопросов, пригласим снова Рюдигера с удовольствием. Ok. Vielen, vielen Dank dir. Поэтому большое спасибо. Ich wünsche dir ein wunderbares Deet dir euch natürlich. Я вам желаю замечательного первого свидания. Я очень, очень рада вас увидеть счастливыми. Ich freue mich so sehr euch bald, glücklich zu sehen. Скоро вас увидеть счастливыми. Я уже очень, очень рада первому вашему совместному видео. Я говорю, ich freue mich so sehr auf das erste gemeinsame Video, wo ihr beide zusammen seid. Das ist ja Wahnsinn. Боже, как все замечательно, так прекрасно. Вот это и есть самое большое чудо в нашей работе. Das ist auch der größte, größte wunder in unserer Arbeit. Zwei Menschen, die sich gar nicht vorstellen konnten, zusammen glücklich zu sein, diese Seelenverwandten zu finden, auf einmal aus Weißrussland nach Deutschland umzuziehen, dass du so eine wunderbare Traumfrau findest. Und dann passiert sowas. Drei Menschen, die sich gar nicht vorstellen können, dass sie вдруг wird вместе счастливыми. sie beherrschen, sie beherrschen in Deutschland, sie beherrschen in Deutschland, und er konnte sich vorstellen, dass es so ein wunderbares создatet, eine einfach nicht-mütterliche, eine junge Frau ist. Er ist einfach so, dass sie sich in den Augen aufhören. Wir haben noch einen großen Freitag, wir werden dort machen, wenn sie sich in der Marien zu kommen, wir haben dort einen Freitag. Ich sage, wir machen noch eine große Party, wenn Marina kommt zum ersten Mal zu dir, dann machen wir noch auf dem Strand eine kleine Party, klein oder große, wir schauen, wir machen noch dann eine Meldung, wie viele Menschen sich anmelden, dann gucken wir. Also ich freue mich auch zum Beispiel zu dritt dort Party zu machen, ich bin dabei, ihr beide und ich, dann machen wir zu dritt, wenn keiner mehr Lust hat, dazu zu kommen. Es gibt auch einen специinen список, гостей, кто захочet, пусть записывается к нам, кто придет к нам на праздник, но, ich sage, ich bin froh, ich sage, wdrehen kann, nein, vielleicht, Rolf kommt, mein Mann kommt, aus dem Land, aus dem Land, wir kommen auch mit dem Mischung, wir werden auch viermal, wenn Marina in der Geste kommen, wir kommen zufrieden, wenn Marina in der Geste kommen, damit nichts zu dagegen darken, dass wir unseren Planern nicht beherrschten. Ich bin immer artig, ich wurde schon so erschaffen. Und ich freue mich sehr auf die Fragen von den Frauen, die würde ich sehr gerne beantworten, weil das ist für mich ja auch ein Lernprozess, in die Welt einzutauchen, wie denkt eine Frau, wie fühlt eine Frau, das ist ja eine Lebensaufgabe für einen Mann, eine Frau wirklich zu verstehen. Ich bin wirklich sehr interessiert, welche Fragen Sie mir eigentlich zu stellen. Ich werde mit großem удовольствием читать in den Kommentaren Ihre Fragen, weil ich nicht nur mit радостью отвечу auf sie, aber ich kann aus diesen Fragen viel lernen. Ich bin sehr interessiert mit Ihrer Minderheit, mit Ihrer Minderheit, mit der Minderheit, mit der Minderheit, die Minderheit, die Minderheit, die Minderheit, die Minderheit, die Minderheit, die Minderheit. Die Minderheit, 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 die Minder Поэтому Rüdiger будет читать все комментарии. Ich sage, du kannst даже отвечать на комментарии, потому что когда пара уже вместе, они могут писать, где хотят. Поэтому он может даже на немецком отвечать, задавать, обращайтесь к нему. И будем дружить с семьями. Wir werden mit Familien befreundet sein. Das gibt bei uns solche. Wir sind doch eine große, glückliche YouTube-Familie. Вы знаете, я вообще, Rüdiger называет Наталья, мы видим, как у большой YouTube-Семьи здесь все. Вот так общаемся с Натальей. Я создала такое красивое, приятное общество. So, как мы здесь общаемся, в общем, ангенеме Gemeinschaft по YouTube erschaffen, с ангенемой Атмосферой, здесь очень многое чувствуются очень хорошо с нами вместе. Genau, и это меня тоже в моем мнении стеркнет, что ты den schönsten Job der Welt hast. Поэтому я тебе всегда говорил, Наташа, у тебя самая красивая работа в мире, которую ты делаешь. Да. Благодаря вам, хорошим людям, у меня такая самая красивая работа. Не всегда так, но у меня очень много хороших людей, которые действительно много радости, много хороших впечатлений мне приносят, как вот Рüdiger и Марина в данный момент. И вы, конечно, делаете мне много жизнен, богаче, счастливее, приятнее. Спасибо вам всем. Ich sage, weißt du, ich habe den schönsten Job, dank den schönsten Menschen, die in der Nähe sind, deswegen das ist auch gemeinsam auch und ich habe zum Glück so viele tolle Menschen, die so nah stehen, auch von Kunden und im Moment seid ihr ganz tolle Menschen, Marina und du. Und deswegen bedanke ich mich tatsächlich bei Marina und bei dir sehr und bei auch anderen Zuschauern oder Kunden, Kundinnen, die mir so viel Freude und tolle Gefühle schenken. Ich danke euch, deswegen bin ich auch hier, mehr als nötig ist. Ich sage, ich muss das nicht machen, dieses Video, aber ich genieße das selber, weißt du, ich bin neugierig, das zu machen und dann auch das, was du erzählst, weiterzugeben, weil ich weiß, viele wollen das hören. Sie wollen wissen, wie du denkst, wie du auf diese Fragen antwortest, was du fühlst, das sind so wichtig, das ist die Information. Und ich bin der Botschafter, der das weitergeben muss. Ich sage, du, ich glaube, ich fühle mich, dass es, dass man das Interview muss, weil ich weiß, dass viele Frauen sehr möchten, was er in der Hunde wissen, was er in der Hunde fühlt, 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 was er in der Hunde. Ich sage, wir würden nicht so eine schönere Atmosphäre in diesem Kanal haben, würde ich das bestimmt nicht machen, deswegen, ich danke euch, das ist auch unsere gemeinsame Arbeit, diese Atmosphäre, die wir hier gemeinsam erschaffen haben. Поэтому, вот эта Atmosphäre на этом канале, такая приятная, хорошая, где чувствуем себя спокойно и приятно, это, в принципе, наша совместная работа, не только моя, не только Рüdика, не только Марина, здесь очень много задействовано замечательных людей, замечательных личностей, поэтому это наша, всем нам принадлежит, вот такая замечательная сейчас атмосфера, да? Прямо расставаться нельзя, я sage, я kann man sich nicht trennen von euch. Gut, wir treffen uns bald mit Марина. Ja. Марина, готовься, Марина, sage, sei bereit, sage, все, мы скоро встречаемся с Мариной, Марина, готовься, очень рады тебе, с тобой пообщаться. Und danke dir, Rüdiger. А мы все пишем комментарии и спрашиваем, ваши реакции, понравилось, не понравилось, и все спрашиваем у Рüdика. Alle Frauen schreiben jetzt комментарии, was hat gefallen, was nicht gefallen, was kann man noch fragen. Und alle fragen нам, Rüdiger, bitte schön, ich mache feierabend. Сегодня Rüdiger отвечает на вопросы, все ваши, на все комментарии, у меня выходной под этим видео. Ну gut, Rüdiger, dann wünsche ich nochmal alles gute, wunderbare, streffen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Fragen stellen, und ich denke mal, dass Marina jetzt auch zusieht, weil es ist Zeit, und sie schickt mich gleich wieder ins Bett. Пока, пока. Rüdiger говорит, спасибо большое, я вам точно, говорит, уже скажу пока, потому что время, говорит, подходит уже такое, а мы просто вечером записываем, говорит, точно, Marina, сейчас уже меня будут отправлять спать, потому что завтра утром надо вставать на работу, поэтому я, говорит, прощаюсь, долго с вами больше болтать не могу, потому что сейчас Marina моя начнет нервничать, где мой Rüdiger, ему пора спать. Все, okay, schlafen, тогда давай, вперед, спать, давай, отправляйся в постель, к Марине, еще к Марине, спать пока. Вот, deswegen schnell ins Bett, sonst wird deine Frau mich noch aufschliegt. Иначе Marina меня сейчас вырывает, что я тут задерживаю людей, которые уже нам не принадлежат. Na gut, tschüss, danke dir, Rüdiger. Спасибо, Rüdiger, пока. Спасибо вам, девочки, за внимание. Пока, пока. Пока, пока всем. Tschüss. Tschüss. Субтитры сделал DimaTorzok